Der Bad Hersfelder Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Auch in diesem Jahr können sich Besucher wieder mit heißen Getränken erwärmen. Ob Punsch aus dem Kessel, Glühwein oder warme Cocktails, für deren Verkauf ein Händler extra aus Nürnberg angereist ist. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zahlreiche Hersfelder gönnten sich gleich am Eröffnungsabend den ein oder anderen Schluck. Auch beim Essen gibt es eine große Auswahl. Unter anderem werden finnische Spezialitäten angeboten. Fisch wird dabei über offenem Feuer gegart. Aber auch Brot, Bratwurst und Pommes sind wie in jedem Jahr im Angebot. Der Bad Hersfelder Weihnachtsmarkt öffnet täglich um 11 Uhr seine Pforten und ist bis 20 Uhr geöffnet. Essen und Trinken gibt es sogar bis 21 Uhr.